Herzlich Willkommen zurück zu einem neuen Projekt und zwar Hyrule Warriors. Dank Cyberriolo, würde ich hier mal namentlich erwähnen, dürfen wir zusammen dieses supergeile Spiel genießen. Oder ich darf es genießen und ihr mit mir. Und ja, vielen Dank dafür. Wir werden uns Hyrule Warriors anschauen. Das Spiel habe ich schon auf der Gamescom spielen dürfen. Ich hatte ja Pressetermin bei Nintendo und da habe ich es schon gespielt. Aber allerdings ein Level. Dort habe ich Midna gespielt. Und wir schauen mal, was uns hier in diesem Projekt jetzt erwartet. Äh, Legendenmodus. Okay, das scheint der Storymodus zu sein und der Rest ist noch gar nicht freigeschaltet. Also fangen wir einfach den Legendenmodus an. Was gibt es denn in den Optionen? Normal. Energieleiste. Äh. Ja, mach mal an. Weiß ich nicht. Online-Einstellungen. Kann man doch online spielen? Ich lasse das mal aus, weil fürs Let's Play ist das vielleicht ein bisschen dämlich. Lautstärken lassen wir mal an. Die Steuerung, da wurde ich vorhin beim Starten des Spiels gefragt, ob ich den, äh, Warrior-Stil oder den Zelda-Stil haben möchte. Ich habe einfach mal den Warrior-Stil eingestellt. Äh, da stand aber, dass sich das später ändern könnte. Ich weiß, da stand auch nicht bei, wie sich das jetzt, äh, ändert. Und unten rechts sehen wir schon Zusatz-Inhalte, die, äh, Nintendo wird ein DLC dafür rausbringen. Und wenn wir diesen erwerben, kriegen wir noch ein Dunkelling-Kostüm. Also es werden einige Kostüm-DLCs dazukommen. Äh, 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 äh. Äh, äh, äh. Äh, äh, äh. Äh. Impa, ich hatte schon wieder diese Vision Vielleicht ist das ein Zeichen dunkler Zeiten für Hyrule Dunkle Zeiten? Dann müssen wir ihn finden Den Helden, der des legendären Gewandes würdig ist Hier werden wir keine Helden finden Es wäre klüger, sich anderweitig umzusehen Euer Hoheit Eine Armee von Ungeheuern nähert sich Hyrule Macht euch kampfbereit Sieh an, ist das nicht die Prinzessin? Warum verschwendet sie ihre Zeit damit, uns zuzusehen? Prinzessin Zelda scheint in Schwierigkeiten zu sein Link! Was hast du vor? Was? Boah, ist das cool mit den Cutscenes Also die Cutscenen sind echt schön Im Trainingsraum kannst du Charakteren zum Stufenausstieg verhelfen Dies ist allerdings nur bis zur Stufe deines höchststuflichen Charakters möglich Je höher die Stufe des Charakters, desto mehr Rubine wird sich sein Training kosten Ah, fortsetzen Sehr gerne Ebene von Hyrule Die julianischen Truppen sind an mehreren Orten verwickelt Okay, wir kämpfen jetzt gegen die Horde Und ihr müsst da unten selber lesen Weil das werde ich nie im Leben alles hinbekommen Du hast Impa im Kampf mit den Monsterhorden entdeckt Okay, habe ich das? Okay Sie will Prinzessin Zelda helfen Aber wir müssen ihr helfen Okay Die Siege zusammen mit Impa die Monsterhorden Die läuft hier irgendwo rum anscheinend Und sie checkt, dass wir nicht nur ein einfacher Rekrut sind Wir sind Rinku Link Für Leute, die jetzt das nicht verstanden haben Du führst eine Spezialangriffsleiste auf, indem du Feinde besiegst Ist sie voll drücke A, um einen Spezialangriff auszuführen Okay Ist sie voll? Sie ist voll Sehr geil Bam Er ist stark Ja, bin ich Auf jeden Fall bin ich stark Vorposten Hauptmann Hilf mir, ich bin vor Monstern umziehen Okay Hallo Vorposten Hauptmann Danke, ich habe diese Monster nicht kommen sehen Mein Name ist Proxy Wie heißt du? Ich bin Lerinko Link? Und wie bitte? Du willst Hyrule gegen diese Monster verteidigen? Ja Oh, das sind meine Die sollte ich nicht verkloppen Das gefällt mir Ich werde zur Seite stehen Link Die lese ich jetzt nochmal vor Weil gerade ist das Entspannter Die Monsterhorden haben Zelda umzingelt Wo denn? Ach, da hinten Ja, da komme ich jetzt aber nicht hin War ich keinen Schritt zurück Wir sind Hyrudes letzte Hoffnung So, wo sind denn hier? So ein paar Hauptmänner Wir müssen die Prinzessin beschützen Beeil dich, Link Das sagt zum Glück nicht Link Das sagt Proxy Ja, wie komme ich denn da hin? Vorposten Hauptmann Okay, mach mal Damit die alle mal weg sind hier So Rück in die Werfer Ah, danke Ich darf vorrücken Sehr schön Oh, Link läuft so schnell Geh mal weg Die Großen machen wir am besten weg Ich glaube, dass die Oh Der heißblütige Drachenritter Volga Ach, cool Wenn du L drückst, folgt die Kamera Automatisch einem Feind in deiner Nähe Während die Kamera dem Feind folgt Kannst du durch Neigen von R Bestimmen, welcher Feind am Okay Volga Den kenne ich noch nicht Na, Volga? Was geht? Du bist ja nicht sehr Bam Das ist ja cool Besieger Volga Kein Ding Ah, mit X Weichen wir aus Sehr schön Den haben wir mal gut verkloppt Geh mir aus dem Weg, du Wicht Gut, dann sterb gemeinsam Geh mir aus dem Weg Bist du etwa Der ewig geile Held Volga hat sich zurückgezogen Okay, cool Wir sind der Held Und die Musik spielt jetzt Ist das ein Triforce? Dankeschön Ich weiß zwar nicht, wer du bist, aber ich konnte es nicht lesen Auf diesem Volga ist kein Verlass, entsendet die nächste Einheit Sagte der Hexer Okay Wir rücken vor, die Wehrfestung ist offen Sehr schön Heißt anscheinend, dass wir weiter können Die werden uns überrennen, wir brauchen Hilfe Wo ist der Geron Hauptmann? Da ist der Geron Hauptmann Einmal hier aufräumen So Vielleicht nicht so krass aufgeräumt Besiege den Exalfos Okay, da oben, Exalfos Oder wie auch immer Du bist zur Hölle Komm schon Nein Bam So Nein Du spuckst kein Feuer Mein Freund Rolle 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 Dankeschön So, der Geron Hauptmann wurde gerettet Sehr schön Boah, das gibt so viel Geld Der Höhleneingang ist offen Ach, das ist schön Das macht halt Spaß Weil es auch im Zelda-Universum halt ist Vielen Dank, dafür kriegst du den Schatz aus dieser Höhle Das ist nett Also ich hab da Nasty Royals auch schon mal gespielt Was ja sehr, sehr ähnlich ist Also es ist eigentlich der Nasty Royals im Zelda-Universum Und ähm Das war nicht so lustig Weil man halt die Charaktere da nicht so einen Bezug zu hatte Äh, Y Da Oh, natürlich gibt's die Kisten-Animation Wie cool Was kriegen wir? Wahrscheinlich Bomben Jawohl Die, ähm Hab ich nämlich auf der Gamescom auch zuerst bekommen Das ist das erste Item Also das einzige Item, was man dort gesehen hat auf der Gamescom Drücke ZR, um Items einzusetzen Okay Das ist nämlich ganz cool mit den Bomben Äh, die werden hier als Sehr gut als Waffe benutzt Auch als Kampfmittel Und natürlich helfen sie uns Damit kannst du die Felsen aus dem Weg räumen Und zu Prinzessin Und zu Prinzessin Zelda zu gelangen Machen wir Pass auf Das geht nämlich so Sehr cool Man kann die nämlich so ein bisschen spammen Und einem selbst tun sie nicht weh Und hier ist schon wieder eine Kiste Wie cool ist das denn? Komm, mach auf Könntest du die Kiste bitte öffnen? Danke Oh, sehr geil Anscheinend Ähm Kommt die Rubine immer zu einem hin Das, da brauche ich also nichts machen So, ich darf die Bomben aber nicht vergessen Auf der Gamescom habe ich die vergessen immer Und, äh, die werden gleich verdammt wichtig Und auf der Gamescom habe ich die halt vergessen an dem Punkt Und das war dämlich eigentlich So SP, geben wir mal So, ach, Moment Ich kann da hinten hin Ah, die Musik ist so cool Da, 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 da Machen wir die Bogenschützen hier weg Bogenschützen sind immer anstrengend So Damit meine Leute hier mal ein bisschen besser klarkommen Wenn man länger rennt Äh, rennt man auch automatisch Also, ein bisschen schneller So, jetzt können wir nämlich hier Oh nein Hyrule Hauptmann Nuh Komm ich da noch nicht rein? Doch Hallöchen Wir machen einmal den hier Dann ist nämlich der Großteil schon mal weg Und haben hier aufgeräumt So, jetzt gehen wir da mal weiter Impa läuft auch schon weiter Aufräumen Stufe erhöht Wir werfen mal ein paar Bomben hier einfach in die Menge Da ist der Vorpostenhauptmann Den holen wir uns Prinzessin Zelda, ihr lebt Ein Rekrut hat uns den Weg mit Bomben freigesprengt Das haben wir wohl Ein Rekrut, sagst du? Wir müssen jedem dankbar sein, der uns hilft Jawohl Das war ich Ich bin awesome Du hast Zelda erreicht Und werde sie auch retten Oh, die Attacke ist so awesome Sieh nur Link, da Die Prinzessin Wo eigentlich? Hinter mir irgendwo Äh Äh Du bist doch der Junge auf dem Übungsplatz Ach, da steht sie Ja, das bin ich Hallo Die Monsterorden haben Verstärkung erhalten Okay, dann gehen wir da mal entgegen Zum Angriff Zeigt dieser Prinzessin, wer die wahren Herren von Hyrule sind Äh, wir natürlich Pass mal auf Erobere Mittelfestung und Ostfeldfestung Schließt ihre nördlichen Tore Tun, tun Machen wir So, meine Mission Ja, das schaffe ich Moment Da muss ich ja eigentlich nur hier Wo ist denn Der Hauptmann von hier? Ja, obere feindliche Festung Damit der Feind keine weitere Verstärkung erhält Dafür musst du die Feinde dort besiegen Bis die Festungsleiste Achso, okay Sobald die Festungsleiste aufgebraucht ist Erscheint der Festungskommandant Ah, okay Dann kommt er erst Okay, einmal aufräumen So Schloss Hyrule darf nicht fallen Ja, das ist kein Ding Weil wir sind ja gut dabei Wir sind ja soweit ganz gut dabei Ich muss aufpassen Dass du mich nicht überflügelst Hab ich schon Eben paar Hab ich schon Hahaha Gib mir die Bomben Juhu So Haben wir die geschafft jetzt? Ist hier der Kommandant? Wunderbar Erobere jetzt die Mittelfestung Okay Moment On my way So Attacke Ich überlege mir eine Strategie Für die weitere Schlacht Während du die Festung eroberst Kein Ding Da ist er Exalfos Komm her Oh, was Oh, was Stirb einfach Komm schon Oh Das hat so einen Gemeinen Angriff So Weg mit dir Geht doch Oh geil Eine Waffe erhalten Andere Waffen kriege ich hier auch Oh, wie awesome Die Südverfestung Oh, jetzt müssen wir zur Südverfestung Oh, das ist stressig Der Kommandant ist da Den habe ich vergessen Der war gerade nicht da Als ich da war Hallo So So So, haben wir aufgeräumt Jetzt gehen wir mal wieder da hin Ah, die Südverfestung Äh, gehe ich da lang Mission erfolgreich Okay, danke Ja gut Jetzt gehen wir da Also, da unten ist auch wieder alles grün Oder was Wir haben die Feinde nach Norden gedrängt Jetzt brauchen wir die große Fee Ja, Moment Ich bin gleich da Gelingt der Plan Ist unser Sieg gewiss So, hier ist auch noch einer Oh So, dann großer So Hör mal auf, mir auf den Sack zu gehen Du Mistvieh So Hier ist auch alles clean Brauch keine Angst Aua, da ist ja noch einer Material erhalten Okay, cool Wo kommt der denn her? Ah, spring doch Link Link Kuh Link Kuh Komm, mach Schaut Oh, nein Nein Jetzt aber Danke Ist ja nicht auszuhalten Gib mir das So, jetzt gehen wir mal dahin Wir müssen zur großen Fee Hallo, hier habt ihr Bomben Habt Spaß damit Ich geh weiter Bomben bringen jetzt nicht so viel Aber Zelda hat die Quelle der Göttin erreicht Das ist nett Zelda wurde gestoppt Ach da, okay Ja, ihr habt deine Bombe Hallo große Fee Zerstöre die Wand Ja, haben wir gemacht Hier haben wir Magie drin Drücke R Drücke R, wenn deine Magieleiste voll ist Um deine Magie zu entfesseln Mit Magie bist du stärker, schneller Und wirst weniger weit zurückgeworfen Für eine gewisse Anzahl besicht Der Feine alte Bonus-Effekte Drücke A während eines Magie-Einsatzes Um einen mächtigen magischen Angriff auszuführen Okay, cool Oh, wie soll ich mir das denn alles Merken So, Zelda Geh mal rein Hier entlang Beten wir gemeinsam Für die große Fee Zur großen Fee Okay, machen wir Ich wehre den Magiekreis Y Ocelon Ist klar Ist klar Du hast es geschafft Das sollte die Reihen unserer Feinde lichten Das sollte es allerdings wirklich Im Bedrängnis Ach da Okay, dann gehen wir da mal hin Das ist echt hart im Bedrängnis Was ist da los Sowohl Verbündete Als auch feindliche Armeen Besitzen einen Moralwert Bei hoher Moral Leuchten die Einheiten hell Und sind stärker Bei niedriger Moral Sind sie dunkler und schwächer Okay Hallo Ich räume hier auch auf, ja So Aus dem Weg Seid ihr jetzt immer noch Im Bedrängnis Oder kann ich wieder gehen Ah, ist immer noch rot Also muss ich hier Noch ein bisschen aufräumen Ah, da ist er doch Komm mal her Du Festungskommandant Und tschüss So Haha, jetzt wird die Sache Richtig interessant Komm König Dodongo Oh oh Feuerspeiender König Dodongo Und jetzt geht's los Attacke Was Eine Skulltula 100 goldene Skulltulas sind über die ganze Welt verstreut Füge sie zu einem Ganzen zusammen Also wir müssen sie finden 100 Stück Okay Erfahre mehr über jede Versteckte Okay Skulltulas finden Sammeln Machen wir Oh 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 Hallo König Dodongo Was geht's Aber ich muss erstmal Die Skulltula holen Lauf ich grad doof Ich lauf grad doof Hallo Äh Ne doch nicht Neue Mission Okay Moment Ich muss nochmal eben was holen Wie die Musik hier leise wird So Wo ist die Skulltula Wo ist sie Skulltula Die ist halt hier wahrscheinlich Irgendwo in diesem Bereich Der Hexe hat sich zurückgezogen Wo ist die verdammte Skulltula Ich muss mich Ich muss mich ja auch noch Um Dings kümmern Oh Ich geh zu Dodongo Keine Zeit dafür Keine Zeit Ja Okay Ich bin auf dem Weg Der Zeitdruck Der Zeitdruck Der macht mich fertig Hallo Dodongo Ja Ich hab's gehört Was geht Dodongo Ich räume mir erstmal auf Ja Weil hier sind zu viele kleine So 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 Dodongoschen Was geht Mach mal deinen Mund auf So Wer Dodongo kennt Weiß wie er funktioniert Und wir entfesseln Wir haben unsere Magie Jetzt können wir hier nämlich Auf Dodongo einkloppen Attacke So So Komm Dodongo Du Christoph Ja komm Vielleicht haben wir's Ah Muss ich mal weg Kann man eigentlich springen Nee ne Hier Kannst du haben Gönn dir Geht mir das Weil jetzt machen wir so Und vielleicht stirbt er dadurch schon Sehr gut Skulltula ist geflohen Das ist natürlich schade Aha Wie auch immer ich das gemacht habe Es kam so Es kam so über mich Über Drüber Ah Falsche Attacke Aua Jetzt 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 wo wird link Schmeißen Sehr gut So Jetzt haben wir ihn doch Oder Komm schon Komm Mach die Special Attacks Hier Sehr gut Da ist er down Material erhalten Gut gemacht Ihr habt alles gegeben Ich kann nicht mehr hauen Oh ich kann nichts mehr sammeln Hey die Impa ist es schrecklich Der feindliche Hexe hat das Schloss eingenommen Was Wie das Die Bestie war nur ein Ablenkungsmanöver Wo ist die Prinzessin Zelda Wo ist Prinzessin Zelda Ist sie in Sicherheit Wir können sie nirgends finden Oh nein Nicht gut Was Wir können Prinzessin Zelda Nicht finden Hoffentlich ist sie wohl auf Wir brauchen deine Hilfe Um sie zu finden Erweise dich als Held Der dieses gewandwürdig ist Link Wurder Huh Christ Wurder Der der Die Tod Schmer aus Schmer In Er Über An Wurder Schmer um An B Drei von den Fragmenten wurden über Zeit und Raum gesammelt. Der letzte Fragment wurde in einem sacreden Tempel gebaut auf hoher Boden, verabschiedet durch das Blad von Evels Bane. Bis zum nächsten Mal! Ciao, ciao!